Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Filterkaffeemaschinentest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Filterkaffeemaschinentest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Philips HD 77767. Wenn Sie ein Mixtol mit einem Filterkaffeegerät und einer Kaffeemühle suchen, ist die Philips HD 7767 Grint und Brewe die passende Adresse. Schwarz wie Trendy. Es ist auch ein Hingucker. Über ein rotierendes Rad plus Kontrollleuchte kann die bevorzugte Menge an Kaffee und den Gras des Schleifens der Bohnen gesetzt werden. Zwei oder drei Übungen und auch Sie erkennen das Prinzip. Wenn Sie zusätzlich gemahlenen Kaffee verwenden möchten, funktioniert das Gerät ohne Schleifmaschine. Der Philips HD 77767 mit 4,7 Kilo ist er das schwerste Gartget in der Prüfung, aber auch das schnellste. Der Kaffee läuft in nur 5 Minuten und 50 Sekunden. Seine Präferenz ist stark, aber leider ein bisschen verbrannt. Ein Zeichen für eine potenziell teure Entwicklungstemperatur. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Kaffeeautomat Kaff Caprice. Das Sevellen Kaff Caprice macht eine Strafe, aromatische Tasse Kaffee. Dafür ist das Brausystem verantwortlich, dass das heiße Wasser gleichmäßig über den Kaffeesatz verteilt. Beharrlichkeit ist bis zum ersten Schluck des heißen Kaffees 82 Grad gefragt, da er mit einer Vorbereitungsarbeitszeit von 10 Minuten und 45 Sek an der Basis der Prüfung steht. Trotz der höheren Anschaffungskosten ist das Sevellen Kaff Caprice Sparsam mit Funktionen keine Duftfunktion, keine elektronische Uhr. Die lebenswichtige Aufgabe erfordert ein wenig Gewöhnungshand. Es gibt einen Schalter zum Wechseln der Braufunktion an- und ausgeschaltet, der zweite folgt, um die Kochplatte einzuschalten. Die Handhabung lässt nichts zu bevorzugen. Auf Platz 3 haben wir die Philips Edelstahl. Dank seines hohen, schlanken Gehäuses mit einem Produktmix ausgekimmtem Edelstahl und Kunststoff wirkt das Philips Kaff Gourmet klassisch, unkompliziert und zugleich edel. Das Handling sieht erstklassig und robust aus. Das Gehäuse wird von einem Bracket ausgekimmtem Edelstahl umrahmt. Dank seiner schlanken Größe kann der Philips zusätzlich in winzigen Küchenbereichen genutzt werden. Mit seinem 51 Zentimetern passt er jedoch nicht unter einen Wandschrank. Der Glaswasserbehalter kann von oben mit einer winzigen Klappe in Deckel gefüllt werden, aber sie können den Lagtank nicht loswerden. Ein Liter Wasser passt hinein, das reicht für 10 bis 12 kleine Kaffetessen. Kleiner Nachteil, das Tag wird nicht so sehr gelesen wie andere Versionen. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Siemens TC 86503. Im Artikel-Team von Kaffeemaschinen Siemens genießt eine große Glaubwürdigkeit. Das bestätigt der Lieferant auch bei unserer Prüfung für Filterkaffeemaschinen. Das TC 86503 der Siehen punktet mit einer Aromafunktion für kleinere Mengen wenn sie viel weniger als vier Tassen Kaffee brauen möchten, identifiziert das Gerät den Wasseranteil und reduziert den Brauprozess. Das macht den Kaffee vollmundig schmecken. Das Werkzeug strahlt gezielt in der Temperaturuntersuchung. Der Kaffee kommt aus der Ausrüstung unglaublich heiß bei 83 Grad. Auch die Thermoskanne hat uns verblüfft nach vier Stunden Wartezeit misst der Kaffee immer noch beachtliche 75 Stufen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Murcamaster Filterkaffeemaschine. Der Murcamaster Select überzeugt in allen drei Testwertungen. Im Vergleich zum zeitlosen Modell KBG 741 bietet der neue Select einen Aromakenopf für Voll- oder Halbtöpfe. Wenn Sie die Funktion 50% Topf drücken, läuft der Kaffee viel mehr allmählich und das Brauwasser hat noch mehr Zeit, um die Aromen aus dem gemahlenen Kaffee aufzulösen. Die Verarbeitung lässt nichts zu bevorzugen. Das Gehäuse ist langlebig und aus Metall mit Ausnahme des Filterzubehörs. Es gibt elf verschiedene Farben zum Kaufen zu wählen. Wir verwenden die Version Yellow für den Test. Die Sodische sowie Filterarton können entfernt werden, so dass Sie die Teile unter fließendem Wasser waschen können. Das Gerät besteht aus mehreren Ecken und auch Winkeln, was die Reinigung zäh macht. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergesst,